Also, da sind wir wieder und gehen gleich wieder hier weiter, Halli Hallot Zähne. Wir sind hier mit unserem Schlagfertigen Trio unterwegs, es ist alles heiss, es ist wirklich cool. Die zwei sind aber, aber haben wir... Jetzt, ich glaube, irgendwie sollte man da reinkommen. Oder auch nicht? Wirst du noch ein wenig abhückeln? Et ja, he. Und hier bist du noch einer, so eine blöde Lange. Ja, du, ich glaube, mich hat auch ein wenig abhückeln. Aber ich muss schreckt, schreckt für den Händen, das ist nicht. Oh, das ist Bräntaus da, du. Ah, ah, ah. Aha. Ah, ah, ah! Ah, ah, ah. Hey, was ist denn da hinten, du? Zieh in der Sache! Jeder erwartet mich doch! Weiter parat, Mädels! Ja, weiss ich gewusst! Oh, die Ahtronachenbeschwerden, oh shit! Das glaube ich ja nicht! Homme, ich komme! Oh, 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 oh! Du, der Ahtronach macht mir ein bisschen Kummer gerade! Der Ahtronach macht mir ein bisschen Kummer! Muss ich echt das ein bisschen cleverer machen? Wisst ihr was, Mädels? Wartet ihr heute ein! Geht nur! Ja, wartet ihr heute ein! Ich locke die rüber! Ich gebe euch Deckung! Wie ihr wünscht, Tane! Ich locke die rüber! Und dann tu ich die in eine Falle locken! Mit dem, mit dem Feuer! Und dann, wenn sie hier sind, tu ich die Keibe verbraten! Ich muss die kleinen Falle locken! Da kommen! 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 Ja, das ist noch einer! Also, jetzt könnt ihr wiederholen! Gehen wir! Seid ihr bereit aufzubrechen? Wie ihr wünscht, Tane! Ich werde euch mit meinem Leben beschützen! Okay! Gleichfalls! Ja, das ist cool! Ja, ja, dann müsste sie mir ein wenig taktisch vorgehen, plötzlich! Ui! Yes, Scott! Was ist das gewesen? Mein Herz! Ich hoffe, es ist nicht zu laut gewesen! Mein Herz! Yes, es geht! Was ist das gewesen? Jetzt da noch eine Falle! Ja, da hinten ist noch eine Falle! Schau! Es ist okay, das habe ich nicht gesehen! Kann ich nicht mit dem Filen wogen, he? Ah, das ist ein Keib! Du, den habe ich nicht gesehen! Das habe ich nicht gesehen! Den Heib habe ich nicht gesehen! Und dort hinten sind sogar noch zwei! Zwei! Oh! Heib habe ich nicht gesehen! Das hat mich gerade gefrungen! Oh, was ist denn da unten noch? Okay! Also, machen wir das nochmal! Oh! Kommet! Kommet zurück! Mädels, kommet zurück! Kommet zurück! Kommet zurück! Alli! Das war gar nichts! Leck! Bin ich vor dir lüpft! Das war schon alt! Mehr habt ihr nicht auf? Verdammt! Ah! Ah! Ei, ei, ei! Ist richtig nervenaufreibend! Da, da! Hahaha! Aber es fängt wie nicht so! Ist cool! Was ist denn das da? Anweisung! Alle Blüten müssen zugleich geerntet und ins Alchemielabor hochgebracht werden! Schaffet am Platz und beginnt die Leichen der Kinder zu beerdigen! Leck! Was ist denn da auslässt du? Was ist denn da auslässt du? Ja! Ja, prompt! Das mache ich gerade! Das mache ich gerade! Das mache ich gerade auslässt! Ah! Ich mache die Züge einsammeln! Halt die da! Ich mache die Züge einsammaßnahmen! Ich mache die Züge einsammaßnahmen! Ich mache die Züge einsammaßnahmen! Jääääääää . Jääääääääää. Jääääääää. Hup. Yes. Ah, schade. Schade, wieso ich noch 25? So. Eilig habe ich einen Zeuggetrank der Heilung, dass ich keine brauchenolle. Ich stelle mal, bis ich sie üblich haben. Da. Ah! Jesus! Es geht da wieder ab, du! Ah, jetzt bin ich hier! Da, das ist hier! Genau! So, Kieler! Oh, da ist noch unten! Ah, das ist das Alchemielabor! Das Alchemielabor! Ah! 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 Was ist denn da abgegangen? Shit! Ah! 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 Da ist noch eine! Da ist noch eine! Ah! 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 Oh, das ist gefährlich, das ist gefährlich, ja, ja, das ist gewusst, das ist wirklich gefährlich, wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das, du? Ich muss zuerst den Dings rausnehmen, das gibt nichts Angst, ich muss den loswerden, oder tut den auch gegen dich? Ich muss zuerst den Steiler, die Fallen lassen, sonst ist es schwierig davor, so kommt, ja, jetzt ist er. Oh, ich komme ein bisschen zurück, äh, alles ein bisschen mehr, oh, äh, noch ein bisschen, ich bin ein bisschen lieb, yes, bitte steh, oh, ich bin nicht vorgestanden, oh, ich bin doch ein Löw, Oh, oh! Aber das auch hier, ich sag... Ui! Gut, jetzt kommt ein bringer, ne? 's, ich zuerst die Böcke, die Böcke! Ich nehme dich auf. Also, das ist ein Böcke! Ist die Böcke, oder? Ah, das ist ein ganzes Klaue, Kip. So, jetzt muss ich den Steig abstellen, das gibt nichts Angst. Oh, vielleicht breche ich es gerade. Ja, noch ein bisschen. Yes, 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 yes. Oh, ja, brauche ich es. Ich muss den Steig nicht mehr verbringen. Ja, noch. So, cool. Was ist denn das für ein Volkanglasklaue, das ich hier habe? Adept, Tür, Schädel, Knochen. Jetzt will ich die noch plündern. Gleich. Das ist riesig, das Gewäss da. Ja. Und wenn ich da unten, dort tauchert wäre, wäre ich hierher nie gekommen. Ja, aber da gehen wir jetzt auch noch rein. Ich würde ja noch ein paar Dien drücken. Hier ist er. Yes. Eben, er schild. Oh, geil. Ein Schild. Ist das für ein Buch? Ich weiss es nicht. Ich weiss es nicht, aber ich will den dran nehmen. Nicht. Das war nichts. Ah, das war nichts. Äh, äh. Ja, dann musst du noch mal etwas nehmen für mich. Da müssen wir da am Lauten. Beide vollpacken mit Zeugen. Was ist da? Da unten? Fulkanglas gelassen? Irgendwo hat es eine Tür, die ich dann mit dem machen kann. Ziele verfügen zehn Minuten lang über gesteigerte Kampfrechtigkeiten. All das muss ich mir merken. Das sind meine Ideen. Ergut. Na ja, komm rum. Es hat mich getötet. Es hat mich getötet. Es hat mich getötet. Es hat mich getötet. Ja, komm. Aber es ist nur einer. Es hat mich getötet. Von hinten hat er mich verwischt. Er hat mich von hinten verwischt. Er hat mich von hinten verwischt. Ich mache da. Weil ich... Ich bin mir das so gekommen, dass... Dass das Schwert so ist. Ja. Ah ja. Ich habe nie befreit. Wieso bin ich davon jetzt zwei Mal gestorben? Bei diesem Läu. Ich habe das nicht. Wieso? Oder was? Das sieht geil aus. Mit wie es da draussen zieht. Der Luft da da. Das sieht duure geil aus. Das ist altmässig. Jetzt ist es zuure gut. Oh. Oh. Gehen befallenen überall. Oh. Ja. Oh. Oh. Schau mal. Schau mal. Eine Stufe aufgestiegen. Komm. Jetzt kann ich gleich schauen. Ähm. Ausdauer kann ich einfach gerne brauchen. Ähm. Ähm. Ausdauer kann ich einfach gerne brauchen. Einhändig. Kann ich jetzt da etwas machen? Mittlerweile. Ähm. Ja. Oh. Oh. Das hier. Bladesman. Was ist das? Ah. Das kann ich noch nicht. Aber den könnte ich nehmen. Ja. Ah. Gut. Die Leute auch. Cool. in. Eher. Ich weiß ja läher. Das ist der Falle da. Mädels. Ah, jetzt komme ich zu dem Tor davor. Ah, das ist cool. Super. Aber meine lieben Leute, jetzt bin ich ein bisschen gemein. Wir haben 28 Minuten und ich mache hier die Karte. Wir sehen im nächsten Part, was da hinter der Tür ist. Ich habe hier die Drachenklaue. Wo ist sie? Vulkanklaue. Vulkanklaue. Irgendwie kann ich da noch zoomen. Oder wie. Ah, so. Genau. Also, dann gehen wir den nächsten Part zur Türe. Dann schauen wir, was da dahinter ist. Ähm, das nehme ich den Ohr. Okay, dann. Bis dann, bin ich gespannt. Tschüss. 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 Vielen Dank.